Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space 2 Folge 51 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Boah, ey, das fass ich nicht, der Kaul tauchten da halt auf und kann dann wirklich reinkaufmachen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh dass er meine Entscheidungen beeinflusst habe. Sie besteht nicht, dass ich es für eine Gemeinschaft für uns bespätestens getan habe. Die Tarn stehe ich nur eine tote Hölle, bevor ich mit Forschungsgeldern der Regierung widerlegen eingehaucht habe. Diese Forschung über unterstellbare Energienfälle, über Fertigungstechniken und die Bissenden, die über unsere Rezenden hinaus waren. Deswegen sind die Einzelbehoffnungen der Menschheit. Wir haben uns so lange auch destruktive Planeten-Ausschlachtungen verlassen und jetzt können wir nicht mehr für uns selbst sorgen. Wir brauchen die Marker zum Überleben, wenn wir es nicht haben, die zu verstehen. Gibt es keine Offenbarung für die Menschheit. Hans Tiedemann, zuständiger Leiter, Earth-Government-Alliance. Ah, da ist es aber noch. Und hier nochmal speichern. 6, 42, 16. haha! 耐ه! Ya servus! Mann! aber der tausend schlägt ja ich weiß es haben wir schon gespeichert haben wir schon hallo gespeichert haben wir schon wo muss die scheiße ich lasse nicht so dass sie das alles wegwerfen kill shot game over Danke, Isaac. Jetzt ist es eine Zeit zu sterben. Was? What? Was? Das kann nicht sein. Was für Wettbewerb. Mein Gegenteil. Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten sie mich? Aber Stross sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe ihnen vertraut. Ich pfeife auf sie und auf ihren Scheißmarker. Tschüss. Kau, Sie bekommen Hanfaskul? Kau! Ja. Oh, das ist ja... LEL Huh? Was? 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 Gehen! Alter, das wird jetzt immer heftig. Alter, das ist 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 immer heftig. 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 Das ist immer heftig.